Hä? Da müsste doch Schriftrolle liegen. Ah, die ist so weit hin. Zurück. Wie gesagt, bis hierhin habe ich schon gespielt. Deswegen weiß ich auch, wo die Schriftrohnen liegen. Aber das ist da oben, weil es gerade steht, damit wir den Bessens antapern können. Egal. Tuiii Festhalten, da rüber und darüber Dam da dam da dam da dam da tam da... Da 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 da... Oh oh, oh oh. Oh oh, oh. Flatsch. Ich hab nichts gesehen. Das war knapp. Komm her. Komm her, mein Lieferfreund. Komm her. Ich tu dir nichts. Ich will doch nur spielen. Spielen. Können wir den hier verstecken? Nö, den nicht. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich will doch nicht bleiben. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. So. Komm her. Komm her. Komm her. Okay, bloß. Hilf mir die mir gar nicht. Es gibt da eine Spie-Deck. Komm her. Oh oh. Gehen nach links. Schauen wir nur, ob ihr Arme da hinten so passt. Gut. Nach links. Hey, geht weiter. Dann gehen wir da hoch, damit wird es vor. Da haben wir nicht jetzt schon hier den, ah, ich kriege wieder die Nase, äh, ich vorne schon mal die Schrift holen, jetzt brauchen wir die da hinten noch. Knapp. Fast für mal aufgelogen. Ah, da hoch, und, huiih, und, huiih, uh, glücker. Ah, klappt, ne, kurz. Ah, wir haben jetzt alle drei Schrift holen. Juhu. Ja, das ist auch zu klein. So. Und da bin ich gestern, ich glaub drei, viermal gestorben. Das hätte ich mit reingeschnitten, das wären, ich glaub zwei Folgen gewesen. Krieger, boah, ist okay. Okay. Ähm. Soll ich mir reingeschnitten, wäre zwar scheinlich sehr langweilig geworden, aber, naja, was willst wir machen. So. Da hab ich auch dazu gelernt, das tut mir echt den unten. Na komm, die, die unteren hier. Wenn der links wieder steht, dann schnappen wir ihn uns. Und dann schnappen wir uns zurück. Oh, weiter. Wir werden den nach unten schmeißen, weil ich glaub dann. Ich geh da vor wieder. So. Genau. So. Jetzt sind die ja unten dran. So. 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 Ich hab da hin. Wieso war das gestern geklappt? Mal schauen. Ja. Heute bin ich wirklich besser unterwegs als gestern. Das ist echt, ja. Gut. Sehr gut sogar. Ich habe geübt. Ich kann es schon ganz heimlich bei der Aufnahme klautern. Oh, sind wir jetzt halt. Alter, schön. So, das habe ich. Ah. Ist das da? Ah, okay. Ah. Ah. Ah, ich bin. So, da, da hundern. der dumme jetzt nachschauen so ein oder links hoch zum schatzen Das ist klar, das ist der Wettbewerb. Ups! Triebidig! So, schau. Uah! Da kam und. Ja, ihr könnt weitergehen. Ich muss aber da hoch. Wie macht man das, wie macht man das, wie macht man das? Ich glaub das Glück schon, wenn wir erst nach unten gehen und nach unten ausschalten. Und der scheint gleich oben aus. Das geht natürlich auch. Ohohoho, das war wieder knapp. Komm her, komm her, komm her mein Freund. Klack! Und weg ist er. Den Elemener da auch noch. Und dann haben wir unsere Schätzchen. Oh yeah! Oh mein Herz, Papa! Da. So. Und nun? Der Todessprung. Nein! Ja. Ja.